Nein, das ist Singularity Grenade! Ups, das war ein Fehler! Tschüss! Noch eine! Noch eine! Noch noch eine! Nein! Meins! Meins! Ey, bist du tot oder was? Hallo! Nein! Ich komme wieder! Nein, ich möchte keinen Stream starten! Ey, ich habe jetzt gerade eine... Alter! Eine Feierblume! Nein! Firing Lasers! Ah, weiter! Oh, shit! Oh, shit! Alter, Moment mal, Moment mal! Warte mal kurz, Nico, ich will mal was austesten! Nein! Ja! Ich will kurz was austesten, jetzt ganz ehrlich! Nein! Oh! Fuck! Hahaha! Brot ist gut für die Nieren! Ja! Oh! Holy fuck! Holy fuck! Alter, wo bist du? Haha! Ich komme wieder! Oh! 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 Ja! Alter! Nein! 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 Niko! Okay, dann komm her, komm her! Wir fliegen beide! Wir fliegen beide! Nein du, du! Okay, scheiße! Alter! Ey, bist du jetzt doch drin? und deswegen prozente bist du wie viel prozent du hast heute war das knapp nein du kriegst noch mehr prozente ja aber du auch oder keiner von uns warte ich glaube ich komme wieder ganz wichtig ist bei dieser map da gebe ich dir meinen tipp weil wenn du denkst dass du runterfällst nicht doppel springen doppelsprung machen bei dieser map das ist ganz wichtig du hast gesagt kein doppelsprung wieso genau deswegen weil du fliegst und du wirst genau auf dem ausdringen landen du hast gewonnen ich gehe macho